Mein Name ist Frank Wojke, ich arbeite als Sozialarbeiter beim Jugendschutz der Stadt Hannover. Die sozialen Netzwerke sind nicht nur nützlich, sondern auch sehr faszinierend. Trotzdem ist es wichtig, auch auf die Grenzen und Risiken hinzuweisen. Die Frage ist ja, ob wirklich die Jugendlichen alles Mögliche von sich veröffentlichen. Wenn es so wäre, ist es sehr leichtsinnig, weil ich würde ja auch nicht auf der Straße irgendjemanden alle Fotos von mir zeigen oder erzählen, welche Hobbys ich gerne habe. Und wenn man das auf das Internet überträgt, ist das schon eine gute Herangehensweise. Grundsätzlich sollte das ins Internet gepackt werden, was man von sich gerne mitteilen möchte. Allerdings ist es wichtig, darauf zu schauen, wer es sich anguckt. Und insofern lässt sich die Frage nicht ganz pauschal beantworten, sondern man sollte ein bisschen einsortieren, wer soll was sehen. Spannend in dem Sinne, dass schon Jugendliche es geschafft haben, gerade bei WhatsApp, Passworte zu knacken, sodass sie Fotos im Namen von anderen Leuten verschickt haben. Aber nicht in guter Absicht, sondern eher, um sich an der Ex zu rächen und dann sich als solche ausgegeben haben, um dann peinliche Fotos angeblich von sich selber zu veröffentlichen. Das ist nicht nur sehr bitter, sondern auch strafrechtlich sehr bedenklich und das hat auch wirklich zu großen Streitereien geführt. Am wichtigsten ist es, sofort zu reagieren. Es zeigt sich in der Praxis, dass eben das Weiterleiten von einzelnen Personen noch nicht das große Problem im Sinne von Cybermobbing ist. Sobald aber eine Art Lawine losgetreten wird, das heißt der erste postet es an zehn Freunde, die wiederum geben es an fünf weitere, dann entsteht eine Lawine und genau das ist das Problem. Das heißt, die wichtigste Handlungsweise ist, sofort reagieren. Die zweite ist, herauszufinden, wo ist die Quelle und bei der Person ist es durchaus wichtig, auch strafrechtliche Maßnahmen anzudrohen. Auf jeden Fall sollte man das Weiterleiten von Fotos oder Videos vermeiden und man sollte sich gleichzeitig auch solidarisch erklären, also durchaus auch Posts abgeben, um zu sagen, was hier läuft, ist eine Sauerei. Ich stehe aber zu dem Mädchen oder zu dem Jungen und ich unterstütze sie. Die Zahl 13 ist deswegen gekommen, weil nach dem US-amerikanischen Datenschutzrecht ab 13 es möglich ist, bei Facebook einzutreten. Im Grunde genommen weiß aber auch jeder, dass es teilweise jüngere Leute gibt, die sich als älter ausgeben. Ich finde, im Grunde genommen gibt es kein richtiges oder falsches Alter, sondern es gibt Leute, die damit gut umgehen können oder Leute, die noch überfordert sind. Ja, ich habe einen Facebook-Account. Ich bin allerdings nicht mit einem Foto dort sichtbar, weil es eben schwierig ist, mal als Jugendschützer unterwegs zu sein und dann wieder als Privatperson. Und wir haben gerade in der Pädagogik immer die Diskussion, dass wenn man Freundeskreise bildet, die zum Beispiel im Privaten sich gebildet haben, die sehen ja auch gleichzeitig, was ich dienstlich mache. Genauso ist es, wenn ich mit Leuten dienstlichen Kontakt habe, sehen sie auch meine privaten Kontakte. Da, finde ich, verschwimmen ein bisschen die Grenzen von privater Sphäre und beruflicher dienstlicher Zeit. Das sollte man nicht mischen in einem Account. Deswegen arbeite ich ohne Foto und bin deswegen auch, glaube ich, ziemlich an der Seite orientiert und habe auch nicht so viele Facebook-Freunde wie andere. Also auf jeden Fall sollten Jugendliche sich in den sozialen Netzwerken tummeln. Also man sollte nicht sagen, die Gefahren sind groß, ich gehe da gar nicht erst rein. Aber auf jeden Fall sollte man einen kleinen Kreis haben von guten Freunden, mit denen man relativ viel teilt. Und mit anderen sollte man sich nur auf einer sehr oberflächlichen Ebene bewegen. Das heißt, ob es nun WhatsApp ist oder Facebook, auf jeden Fall sollte man mehrere Gruppen oder Listen bilden und sich immer sozusagen genau überlegen, wem teile ich was mit. Die Stadt Hannover ist seit einem Jahr so weit, dass sie sagen, wir wollen als soziale Dienstleistung auch in Facebook vertreten sein. Das heißt, der Jugendschutz, der Straßensozialarbeitsbereich und auch das Fanprojekt sind in Facebook vertreten und auch darüber ansprechbar. Der Grund dafür ist, dass wir einfach merken, dass gerade junge Leute nicht mehr die klassischen Wege zum Jugendschutz suchen mittels eines Telefons oder eines Termins, einer Sprechstunde, sondern dass sie eben dann mit uns Kontakt aufnehmen wollen, wenn es sie interessiert, beziehungsweise wenn sie gerade Zeit haben. Und da bietet sich einfach Facebook an, um zu sagen, wir sind auch rund um die Uhr erreichbar und würden auch zeitnah uns melden, wenn es irgendwelchen Beratungsbedarf gibt. Vielen Dank.